ja hallo meine freunde und herzlich willkommen zu der aufzeichnung von dem hofaufbau im hopffach oder auf der hopffach im ls 19 ja ich habe mir gedacht ich zeichne das mal alles auf wie wir quasi die flächen design anpassen machen tun den hof aufbauen die ganzen gebäude hinstellen und so weiter und so fort das ganze sind einige teile geworden also es hat um die zehn stunden etwa gedauert daher ist auch sehr viel video material angefangen er angefallen das werde ich jetzt in einzelteile so immer versuchen in fünf minuten videos zusammengefasst klar in einer timelapse teilweise auch geschnitten uninteressante sachen wo kurze pausen waren oder solche sachen habe ich raus geschnitten um eine anständige timelapse erstellen gucke dass sie so sich zwischen fünf und zehn minuten belaufen damit die nicht allzu lange werden und dann bekommt ihr nach und nach immer wieder ein neues video davon zu sehen ja in dieser folge ist quasi der anfang ihr habt ihr seht hier schon wie wir quasi das feld einfach mal umbauen komplett wir schaffen schon gute stück bisschen pleiten pech und pannen ist immer dabei das ein oder andere seht ihr eventuell einige sachen sind raus geschnitten weil sie dann doch zu lange gedauert haben oder zu uninteressant waren das tut aber auch glaube ich nicht wirklich viel zur sache im großen ganzen geht es ja wirklich nur darum euch daran teilhaben zu lassen wie dieser hoch hier entstanden ist ja ich weiß was ich noch groß dazu sagen soll im grunde seht ihr eigentlich alles wirklich wichtige da will ich auch gar nicht so lange schnacken sondern euch das video mit etwas netter musik einfach zur verfügung stellen ich wünsche euch viel spaß damit und wir sehen uns wieder und dann geht's wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020